Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Minicraft Attack. Ich lege mich erstmal hin und dann gucken wir gleich mal. Ich werde mir jetzt erstmal meine Spitzhacke in der heutigen Folge ein bisschen reparieren und da habe ich nämlich ein paar Sachen vor. Ja, verrate ich euch dann gleich. Ich gucke erstmal, wo kann ich dann die Äpfel hin tun. Ich denke mal das passt. So, Holz muss ich auch mal wegtun, da war ich ja nochmal unterwegs, ein bisschen farmen vor ein paar Folgen, weil ich nicht wusste was ich tun soll. Aber mittlerweile habe ich eigentlich wieder ganz gute Ideen und habe jetzt in den letzten Folgen eben nochmal ein bisschen was anderes gemacht, um so einen kleinen Übergang wieder zu machen. Und jetzt möchte ich eben wieder produktiv werden hier. Und ja, dazu erstmal eine Sache und zwar am Amboss. So, machen wir uns erstmal eine Spitzhacke. Beziehungsweise machen die wieder ganz. Vier Dias, alter. Ich hätte jetzt eigentlich auch nur drei nehmen können, aber naja, egal. Tue ich mal zurück. Hier ist ja noch eine, Leute, die hat gar keine Verzauberung. Okay, naja. Gut, dann gucke ich mal. Ja, die ist auf jeden Fall ganz gut jetzt wieder dabei und wir gucken mal. Ich wollte nämlich damit was bauen. Und zwar einen kleinen Raum, einen neuen Raum. Äh, die Kuhfarm wollte ich eigentlich erstmal lassen. Die wollte ich jetzt nicht abreißen, nur weil ich sie nicht mehr brauche. Also das sollte schon da bleiben. Aber ich hatte was vor. Wo kann ich denn das hinbauen? Da geht ja auch nicht wegen Monkex. Also es geht nur... Na, hier ist auch ein bisschen zu weit oben. Äh, da unten könnte man aber... Naja, ich glaube, ich muss hier hinten zum Netherwarzenraum und muss das da anknüpfen. Also, keine Ahnung. Vielleicht mache ich hier so einen Gang. Hier vorne. Oder da. Na, ich glaube, hier mache ich so einen Gang. So einen Einergang. Dann baue ich nämlich heute was mit Observern tatsächlich. Ja, ja. Das wird krass. So. Krasse Redstone-Techniken werden heute angewandt. Okay, dann gucke ich mal hier. Hab nämlich was vor. Was ganz Spezielles. Das ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Das wird wahrscheinlich... Sehr lange... Es hat sehr lange gedauert, dieses Konzept auszuarbeiten. Was ich vorhabe, ja. Das darf man... Nicht vergessen. So, pass auf. Übrigens hier, ne. Wir könnten auch mal später noch unsere... Das hier machen, ne. Mit den Schatzkarten. Das ist eigentlich auch ganz geil. Aber ich glaube, das ist ein bisschen kacke. Weil ich sehe den Punkt in dem Texture Pack nicht. Müssen wir nach Weihnachten machen, wenn ich das Texture Pack nicht mehr nehme. Heute ist ja der... 24. Wenn ihr das seht. Also, frohe Weihnachten alle. Ähm. Ja. Für mich ist der 22. Immer noch. So. Naja. Ähm. Auf jeden Fall. Frohes Fest und... Einen besinnlichen Abend oder so. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich werdet ihr die Folge nicht mehr davor sehen. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht wenn man auf die Bescherung wartet, da guckt man noch schnell ein Video von Iggiz. Warum auch nicht? Okay. Hier. Das habe ich gerade gesehen. Die Äpfel müssen da rein. Irgendwas habe ich gerade rausgeworfen hier. Ich weiß nicht mehr was. Ist auch wieder geil. Ich glaube, das Feuer... Nö. Lol. Keine Ahnung. Egal. Ähm. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Ich glaube, einfach nur Inventar ausräumen, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Naja. Wer wird schon wieder einfallen, ne? So. Dann mache ich jetzt erst mal weiter. Es geht ja zum Glück sehr schnell mit der Spitzhacke. Also bin ich ja echt froh, dass ich die habe. Streetmaster hat ja echt teilweise keinen Bock mehr, weil er so eine langsame Spitzhacke hatte. Solche Räume hier auszuheben. Aber, naja. Ich habe da ja Glück. So. Schön schnelle Schaufel haben wir auch. Das ist doch mal nice. So, warte. Dann mache ich mal hier Fackeln hin. Ich mache die jetzt gerade ungerne an die Wände, weil es halt kacke. Weil die bauen wir halt dann wieder ab. Und, ja. Ist halt doof. So, warte mal. Kann man hier mal gucken. Das scheiß Wasser, das kann man aber wegmachen, oder? Vor allem, als ob das... Oh, ich dachte, das ist nur so eine Dreierquelle oder so. So eine Wasserquelle. Aber, nee. Soll ich das einfach mal zubauen mit Cobblestone? Habe ich eh gerade noch dabei. Ah, nee. Hier, Sand habe ich genug. Okay. Dann passt es ja. Zack. Ich hoffe, ich schaffe mein Vorhaben überhaupt heute noch. Ja. Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen weiter. Naja. Ich gucke mal. Hier müssen wir auch noch weiter. Ich habe vor, diesen Raum da unten noch etwas größer zu bauen. Das muss dann erst mal reichen. Okay. Ich wollte nämlich dann hier so machen. Ah, natürlich. Aber zumindest kommt schon erst mal kein Wasser mehr rein. Vor allem schon mal erst mal. Ist auch wieder so ein Wort. Keine Ahnung. Wem fällt sowas nur immer ein? Mann, oh Mann. So. Ich glaube, ich mache hier irgendwie... Soll ich Slaps an die Decke machen? Ich weiß es noch nicht. Wäre irgendwie das Beste. So, es wird auf jeden Fall ein sehr cooler Raum. Ja, das kann ich schon mal garantieren. Ich habe ja immer noch nicht verraten, was es ist. Oder was es werden soll. Naja, aber wartet mal ab. Wahrscheinlich seht ihr das eh auf dem Thumbnail. Wenn ich es geschafft habe in dieser Folge. So, also ihr wisst es quasi schon. Mann, Alter. Was ist denn los? Mit meinem Heil jetzt wieder. Ähm. Ja, ich brauche noch Cobble. Ah ja, stimmt. Ich habe ja auch hier Quarz und so. Habe ich ja gekriegt. Letztens von Delahead, glaube. Ne? Und Redstone. Ja. Passt. Aber ich brauche wieder Cobblestone. Und ich habe schon wieder viel zu viel Zeug dabei. So, warte. Das kommt raus. Das auch. Das auch. Dann hole ich mir noch mal ein paar Cobbles. Oder soll ich die hier? Ja. Komm. Mach ich mal. Wie ging das nochmal? Ich glaube so. Und dann mit dem und Quarz. Oder? Ne. Andersrum. Ne. Moment mal. Wie ging das? Also dieser Observer. Vielleicht auch so. Ja. Genau. Da machen wir jetzt mal ein paar. So. Einfach mal so viel überkönnen. Ach du Scheiße. Frisst aber viel Redstone. Glaubt, da habe ich gar nicht genug, ey. Lol. Doch hier noch. Ach gut. Zum Glück. Huch. So. Äh. So noch. Das passt schon. Und Quarz haben wir ja noch reichlich. Okay. 54 Observer. Mensch. Das ist ja schon mal einiges. Sollte auf jeden Fall für meine Vorhaben reichen, ja. Und zwar. Will ich. Einen Observer Raum bauen. Wo du observed wirst. Oh Scheiße. Das geht ja so gar nicht. Das geht ja nur so. Ne. Geht auch so. Muss ich gar nicht Shift drücken. So. Ach Scheiße. Das konnte ich mir senken. Ähm. So. So. Ne. Geht auch nicht. Da muss ich erst einen Block unter mir setzen. So. Ist ein bisschen doof, dass man die immer so. rumsetzen muss. Finde ich. Wieso haben sie das nicht andersrum gemacht? Dass das Gesicht schön nach vorne zeigt. So. Okay. Da gucken wir mal hier. Hier haben wir jetzt 1, 2. Dann hier auch 1, 2. Dann machen wir das so. Okay. Gerade auch ganz coole Musik dabei. Wie ich finde. Also. Die hat man auf jeden Fall noch nicht oft. So. Dann kann man hier auch noch Observer hinstellen. Das ist ja ganz cool eigentlich. Sind natürlich jetzt noch in der Vanilletextur. Ne. Das ist klar. so hoch zack dann ach so dann sieht er so aus ich wollte ihn aber so haben dass er dann quasi so die textur von oben hat ne so genau und dann haben wir hier quasi muss ich das noch mal wegreißen weiß gar nicht ob das auch so geht nee das ist ein bisschen doof so zack dann so und hier in der mitte ja auch ach so ja stimmt der war zu viel ja dann hätten wir hier so ein paar observer dinge ich fand das eine ganz lustige idee ja troller lol so da dachte ihr wahrscheinlich dass ich jetzt eine mega redstone kombination oder wisst ihr schon anwende und dann kommt sowas ja ist auf jeden fall ein schöner weihnachtstroll würde ich sagen heute an heiligabend ja 17 Uhr kommt natürlich auch noch ein video ich weiß gar nicht was was ist heute für ein tag sonntag dann kommt dann tmok oder samstag ist heute stimmt dann kommt hexet so ja dann gucken wir mal was hier unten noch reinkommt ich weiß es noch nicht werden wir dann später sehen ich habe jetzt eh nichts mehr oder keine ideen und was weiß ich und ja dann haut er rein bis später haut er ja habe ich schon gesagt okay ich bin dann einfach mal stehe ich mache jetzt noch meinen screenshot und dann bin ich weg so ja dann tschüss